Rapper Sido, 32, und Moderatorin Charlotte Engelhardt, 34, haben kurz vor dem Fest der Liebe, ja, gesagt. Doch die beiden tragen nicht nur brav ihre Ringe, sondern haben sich auch die Ringfinger tätowieren lassen. Carlottes rechten Ringfinger zieren ein schlichter Goldring und ein P. Für Paul, mit bürgerlichem Namen heißt Sido Paul würdig. Unter Sidos etwas breiterem Ehering lugt das C. Für seine Charlotte hervor am Samstag verschickte der Rapper überraschende Weihnachtsgrüße via Instagram, er postete ein Foto mit den Ringen und den Tattoos und schrieb dazu. Frohe Weihnachten vom Ehepaar würdig, Charlotte Engelhardts Sprecherin Petra Fink bestätigte Bild am Sonntag die Eheschließung. Der Rüpelrapper und seine, Hammerbraut, Spitzname als Moderatorin einer Heimwerkersendung, gaben immer ihre Liebe, im Spätsommer ihre Verlobung und jetzt kurz vor Weihnachten ihre Vermählung bekannt. Im Bildinterview schwärmte Sido. Charlotte hat großen Anteil daran, dass ich im Leben angekommen bin. Mit ihr habe ich meinen Deckel gefunden, da passt nichts mehr rein. Für mich ist klar, das ist die Frau meines Lebens, die Tätowierung seines Lebens spricht jedenfalls dafür. Für... Für...